Was ist das, dass man Präppen im Frühling im Supermarkt gesucht hat? Insofern fühlen sich viele bestätigt. Gleichzeitig ist aber dieser große Zusammenbruch von dem Präpper auch irgendwie Fantasieren, nämlich dass die ganze öffentliche Ordnung in einer Krise zusammenbricht, das ist bislang nicht eingetreten. Und insofern hat die Krise auch Vorstellungen und Fantasien von Präppen nur bedingt bestätigt. Das hat eigentlich eine interessante Entwicklung durchgemacht. Zuerst gab es auch so ein triumphales Gefühl. Ich habe es ja schon immer gesagt. Immer haben mich alle für einen paranoiden Spinner gehalten. Jetzt fragen mich Leute um Rat, wie ich Vorräte anlegen soll. Und dieses triumphale Gefühl ist dann auch bei einigen so einer gewissen Müdigkeit gewichen. Einige haben gesagt, ich habe jetzt Schnauze voll von Krise und Corona, ich buche jetzt meinen Urlaub im Sommer. Und dann gab es natürlich auch diejenigen, die sich auch im Bereich der Corona-Skeptiker auch zunehmend radikalisiert haben und jetzt auch dort aktiv engagiert sind. Also es ist eine heterogene Gruppe und es hat sich sehr heterogen entwickelt, auch die Stimmungslage. Ja, auf verschiedene Weise. Erstens gibt es Leute, die wahnsinnig viel Geld verdient haben, auch einfach indem sie Spezialnahrung, Notnahrung und dergleichen mehr verkauft haben. Also hier, das war ein gutes Geschäft. Dann gibt es die anderen, auch Geschäftsleute, Unternehmer, die Überlebenstrainings anbieten, also Kurse, die im Freien stattfinden. Und diese Kurse sind natürlich ausgefallen, folglich sind da auch Einnahmen weggebrochen. Und dann schließlich ist es mit den Preppen wie in der Gesamtbevölkerung auch. Es gibt diejenigen, die die Kontaktverbote einhalten und auch sehr großen Wert darauf legen, dass die eingehalten werden. Und es gibt diejenigen, die an der Existenz von Corona zweifeln oder auch an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zweifeln. Ich habe mal von einem Gesprächspartner den Ausdruck Prepper Burnout gehört. Also dieser Zustand, dass man eigentlich ganz viel machen müsste, die Vorbereitung eigentlich nicht so weit ist, wie sie sein müsste, dass man nicht so gut vorbereitet ist, wie man eigentlich sein möchte. Und dass das auch so eine Stressquelle ist, aus der man sich dann auch wieder ein Stück weit wie lösen oder befreien muss. Und das habe ich in einigen Gesprächen so rausgehört. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass es ein eher kleinbürgerliches Milieu ist und dass es eher ein konservatives Milieu ist. Also in dem sowohl Abstiegsängste eine große Rolle spielen als auch enttäuschte Aufstiegshoffnungen. Also so dieser klassische Traum von Familie versorgen, Haus haben, Kinder und die Kinder sollen es mal besser haben, etc. Also das ist schon so der Hintergrund, so ein konservatives Kleinbürgertum. Ich denke, dass das eine der wesentlichen Motivationen ist, weshalb sich Leute mit dem Preppen beschäftigen. Weil Preppen ist ja auch eine Möglichkeit, ein Stück Sicherheit zurückzukriegen, ein Sicherheitsgefühl zurückzukriegen, Umstände zu schaffen, die man kontrollieren kann. Also die Idee von Vorräten und auch von der Krisenvorsorge ist, dass man nicht abhängig ist, also dass man im Krisenfall nicht abhängig ist, dass ein Supermarkt was vorrätig hat oder abhängig davon ist, dass eine Apotheke geöffnet ist oder abhängig davon ist, dass Wasser aus dem Hahn kommt oder dass die Heizung funktioniert und, 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 und. Also im Preppen geht es darum, diese Abhängigkeiten zu reduzieren und über diese Reduktion von Abhängigkeiten auch eine Sicherheit zu generieren, sondern ein bestimmtes Gefühl zu kreieren, die eigene Zukunft in den Händen halten zu können und zu kontrollieren. Und das ist etwas, was das große Versprechen ist von Preppen, dass man die eigene Zukunft selbst bestimmen kann und auch meistern kann, ganz egal, was die Zukunft im Großen bringen wird.